Werkzeuge sind nicht nur zweckmäßig, sondern sollen ihre Dienste auch zuverlässig und dauerhaft erfüllen. So wie beispielsweise dieser Drehmomentschlüssel. Viele Werkstätten wissen gar nicht, dass dafür das DEKRA PMÜ-Mobil unterwegs ist. Das ist das Prüfmittelüberwachungs-Mobil. Über das spreche ich heute mit unserem Experten Harald Wetzel. Hallo Herr Wetzel und dieses PMÜ-Mobil, mit dem sind Sie im Einsatz. Können Sie uns mal einen kleinen Einblick verschaffen in Ihr zweites Wohnzimmer? Ja, selbstverständlich. Also wir haben die Möglichkeit, in dem PMÜ-Mobil unterschiedliche Werkzeuge zu kalibrieren. Einmal hier, wie Sie sehen, die Hochdruckanlage, mit der wir die Möglichkeit haben, die Manometer zu kalibrieren bis zu 600 Bar. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, für die pneumatischen Manometer noch zur Kalibrierung. Hier können wir das Ganze bis 30 Bar ableisten und, wie Sie schon richtig angesprochen haben, einmal dieser Drehmomentschlüssel, die wir dementsprechend auch kalibrieren können. Ja, stellt sich nur die Frage nach dem Warum. Wieso sollte ich überhaupt meine Werkzeuge überprüfen und kalibrieren lassen? Na, diese Werkzeuge unterliegen natürlich auch einem gewissen Verschleiß, sag ich mal. Aber auch die Handhabung des einzelnen Monteurs, Mitarbeiters steht hier natürlich auch im Fokus und deshalb ist es empfehlenswert, dementsprechend die Werkzeuge regelmäßig überprüfen zu lassen. Wäre es denn nicht empfehlenswert, einfach zu sagen, Mensch, die Werkzeuge, die schicke ich einfach ein? Ja, die Möglichkeit besteht natürlich für den einzelnen Betrieb, allerdings muss man sich klar darüber sein, dass die Werkzeuge dementsprechend eine Zeit dementsprechend nicht da sind. Ja, und ich mit unserem Prüfmobil einfach die Möglichkeit habe, hier direkt beim Kunden vor Ort zu kommen und die Kalibrierung beim Kunden vor Ort durchzuführen und innerhalb weniger Minuten oder auch Stunden, je nach Höhe des Prüfumfangs, habe ich meine Werkzeuge wieder fest im Einsatz. Ja, das ist jede Menge Zeit, die ich in dem Fall spare. Zeit, die ich nutzen kann, um Umsätze zu generieren oder Zeit, die ich nutzen kann, um bei DEKRA mal auf dem YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Hier finden Sie weitere DEKRA-Experten-Tipps. Das war es für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.